Anfangen können wir jetzt mal bei langsamerischer Kopfhörner zuhören. Moin moin meine Freunde, was geht? Euer DigiSpyro hier mit einem Let's Play zu Halo Reach. Zusammen mit dem Black Eagle. Hallo. Und dem Phoenix. Servus. Und zwar spielen wir Legendär mit neun Schädel. Wir spielen mit den Schädeln Pech gehabt. Fangen, Wolke, Gewitter, Neigung, Mystik. Ich hätte dein Vater sein können. Quandt Geburtstag. Und natürlich kuhlocke. Achso. Punkte werden wir machen den Nudge of Team und los geht's. Tschüss. Das war's für heute. Weetsch. Planet Weetsch. 24. Juli 2552. 7.28 Uhr. Gestern um 26.00 Uhr ist jeglicher Kontakt zum Wiesegrad-Relais abgebrochen. Ich habe Trupps geschickt, die seitdem vermisst werden. Und jetzt schicken sie uns. Der militärische Nachrichtendienst hält den Einsatz eines Spartenteams für eine Verschwendung wertvoller Ressourcen. Ich aber nicht. Kommander? Das ist also die neue Nummer 6. Cat, kennst du seine Akte? Nur das, was nicht geschwärzt war. Hat sich schon jemand bekannt, Sir? Der MND hält es für lokale Aufstände. Vor fünf Monaten haben sie auf Harmony ein Relais beschossen, um unsere Augen und Ohren auszuschalten. Und dann zwei Frachter geklaut. Das darf hier nicht passieren. Reach ist zu wertvoll. Reparieren Sie das Relais, Noble 1. Sir, so gut wie erledigt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Holland aus. Kommander, Sir. Ich bin Carter, der Chef des Noble Teams. Cat ist die zwei, Emil und George vier und fünf. Sechs. Sie kommen bei mir mit. Um ehrlich zu sein, Sie tritten in Fußstapfen, Lieutenant, die der Rest des Trupps lieber unbewohrt lassen würde. Ich bin einfach froh, Noble wieder komplett zu haben. Eins noch. Ich kenne Ihre Akte. Auch das vom MND zensierte. Ihre Fähigkeiten werden uns sicher nützen. Aber wir sind ein Team. Also, keine Einzelaktion mehr. Klar. Verstanden, Sir. Willkommen aus Reach. Und damit, wir gibt uns geschlachten. Ey, es ist einfach so epic, dieser Vorspann. Was mit dir? Ja. Ja. Endlich. Nach einer Stunde, Mann. Das war ein wenig, dass da eine Internetverbindung abkackt. Wer überspringt denn da immer? Leute, nicht überspringen. Marco. Schnauze, ich drück nicht, weil ich bin gerade am Handy. Ich habe auch nicht gedrückt. Ich habe keinen Kontrollensatz nicht. Ja, ich auch nicht. Alles klar. Wer sitzt denn da neben mir? Meine Freundin ist krank, die Arme. Da kann man sich leider nicht sehen und ich muss morgen den ganzen Tag zocken. Ich weiß was, was hat die Halsschmerzen? Du da! Du da dann nach draußen, wo? Nee, nein. Das leckt es bei mir kurz. Kurz. Also, keine Halsschmerzen. Halsschmerzen hätte, dann hätte ich direkt mal ins Gesicht gespritzt. Gegen Halsschmerzen hilft schlucken, habe ich gehört. Das habe ich dir heute Morgen auch gesagt. Die sagt so, die wacht so auf die Huse. Guck mich mal an, wie hessisch ich bin. Ausfärmen. Guck mal an, wie hessisch ich geworden bin. Also. Oh, ich muss Sichtempfindlichkeit wieder aufmachen. Alter, was du für eine Scheißfarbe. Hä, was ist das für eine Kombo? Lila, Rot. Wie, 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 Orange. Hey, Notruf kommt aus dem Süden, Commander. Wir sind nah dran. Du hättest es einfarbig machen sollen, dann wird's gut. So, ich hab schon eine Dach gefunden. Router, Augen auf. Ach so, ihr müsst sieben Streusel kaputt hauen, ne? In der Mission nochmal. Sieben Streusel? Ja, ja, dann gibt's Erfolg für. Kaputt hauen. Wann gehen die kaputt? Zwei. Hä? Aber passt auf. Ja, aber jetzt geht's nicht kaputt bei mir. Was sollen die Scheiße? Die Vögel, die rumlaufen. Scheiße, Mann. Die Vögel, du Spaß. Ich hab auch noch zwei gesehen. Scheiße, ich geh jetzt mit diesem Bushau drauf. Na, ich komm noch. Da kommt noch mehr als genug. Ja. Fuck, meine Batterien sind fast leer. Scheiße. Echt? Was hält ihr immer ein? Ne, wir auch nicht. Aber leise. Ich würde sagen, wir sprechen uns gut ab, ja. Also, wir immer absprechen. Ich sterben die nach Altstadt. Ah, nee. Hier sind sie so. Ah, da macht sich gewünscht. Bewegung! Auf die Knie! Los! Das sind keine Rebellen. Das sind Bauern. Das sind Bauern wie meine Alte. Kommander, empfange Hitzesignale. Und hört auf vor zu rennen. Die reden hier, Digger. Mann. Im Laufschritt. Du zerstörst das ganze Feeling von dem Spiel, Mann. Sorry. Lasst du ihm doch mal ihren Kontext. Ja, alles klar. Die reden noch. Ich guck da hin. Mark, 10.000 Meter vorne. Warnungsbeirut. 700 Meter. Lasst sie reden. Lass die Sträuße haben, lieb. Ich brauche auch noch ein paar. Was war das denn? Was war das denn? Weil er vorgelaufen ist. Negativ. Nichts auf dem Wärmebild. Ich bin auf der Suche nach Sträußen. Aber nicht abschießen, sondern umschlagen. Ist glaube ich egal. Aber ich schlag sie immer. Macht das größere Style. Ich schlag sie lieber zur Sicherheit. Seine Grazüge. Verflucht! Allianz! Angriff! Jetzt geht's ab, Digga. Auf Legitär, Mann. Jetzt geht's los. Angriff! Deck! Deck hier vorne. Ich geh hinten rum. Wir müssen nach oben. Konzentrieren. Ich habe Sicht. Kontakt. Manchies! Achtung, Charlie-1. Der hat lag gerade auch. Bisschen bei mir. Auch nur ein bisschen. Oh mein Gott. Ich stirb einfach mal. Ich stirb einfach mal. Ich stirb nicht. Kalken, kommt zur Unterstützung. Digga! Ich treff die nicht. Die verreckten sich. Echt? So ich glaube, ich muss die Anvisierung doch runterdrehen. Ich fahre eben voll. Ich fahre eben voll. Ich fahre eben voll. Das Blank! Ja, das blankt die ganze Zeit. Einer von uns hat noch richtig verschissen. Wir alle drei haben den Bisschen verdrückt. Aber meine Leitung an sich ist gut. Ja, die drei haben den Bisschen verdrückt. Mal die Max hast du gedrückt. Ui, yo. Nee, ich hab sogar noch einer gebessert. Nee. Wie viele Rutschloch der holen so. Wir sind alle drei rot, alter. Aber ich hab schon im Internet gehört, dass viele sich darüber beschwert haben, dass die wirklich Server dick abkacken. Bleib dran! Nein! Alter! Beleb' ich mal wieder. Okay. Wie geht's? Danke, Game. Ich mein' das Game damit. Da gerade waren zu viele Feinde im... Wie ist einfach nur Rundbugs, alter. Okay, bei mir jetzt auch so ausgeschleckt. Nee, doch nicht. Ja, Mann. Junge, wie sie mich ficken, alter. Überall Granatensicker. Ja, Mann. Ich geh' einmal um die Ecke sterben. Wir sind nicht allein. Perfekt. Alter. Boom! Doppelkill. Mit Granate. Ey, ich hab' gar keine Granaten, Mann. Ja, LT. LT. Alles gesichert. Nee, ich hab' keine. Ich drück' die ganze... Ich wollte die ganze Zeit weg. Boom! Boah, darf ich einfach hinten killen? Oh mein Gott, ich schaff's nicht. 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 Er ist ausgewischt. Oh mein Gott, ich hab' geschlagen. Helf' nicht. Hey, ich hab' mir jeden Sniper gekonnt. Ge-ge-gegönnt, Digga. Allianz-Förer. Ja. Vorsicht! Nein, nein, nicht die Karabiner. Die Nadelpistolen hier mit... Als Sniper. Da. Ja. Der Schildrenner regeneriert sich gar nicht mehr, oder was? Doch. Es leben nicht, aber der Schild halt. Da sind Sträuße! Ich würde da nicht reinrennen an deiner Stelle. Schalt raus, ich mach' den Erfolg. Digga, wie geht's? Da sind noch mehr! Alter! Tschüss! Mehr als nur ein paar Gegner. Toll okay, wie wir das sind. Ah, jetzt endlich hab' die Granate. Hey, unser Beschuss! Alter! Hilf mir mal! Geh mal jemanden bis zurück! Danke! Oh! Das heißt, hat er gedrückt! Oh mein Gott! Der hat die Granate auf mich gebraucht! Ja! Auch wenn ich auch! Geh mal zurück! Danke! Ja, wir sind hier! Alter, ich krieg' wieder die nächste Granate in meine Presse gefasst! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, super! Ich bin bei dir gewesen! Oh mein Gott! Er schießt auf mich! Bist du ja nicht weggegangen? Ja, weil ich bei dir war! Oh mein Gott! Und du sagst auf einmal, ich bin tot! Ich bin weg! Oh ne! Alter, das dauert jetzt viel zu sagen! Achtung Charlie 1! Ui! Von wo ich gespawnt bin! Da war ich nie! Ich geh' wieder hinten rum! Was ich mein! Alter! Ich hab schon wieder keine Granate… Ich bin fast tot! Ich hab den weg mehr in Scheu! Jaaa, ich hab die Landungsschiffe! Was bist denn du für ne Muschi, Alter? Lass mal 100 Hähnchen spielen. Das ist viel zu einfach. Ich dachte du bist Profi. Ich hatte eben 3.000. Besser zielen als Maul. Schönes Ding. Nein! Wie er dich pohlt. Das haben wir doch. Ich will jetzt alle hier weg, man. Ich hab immer wieder Kandaten, obwohl ich gar nicht will. Mehr Ziele. Fancy, komm vorbei! Nein! Nein, klar! Wie ich hier zerwirscht werde von dem. Alter, sterben einfach nicht. Fack mich aber voll ab! Endlich! Einer! Oh nein! Ja, das wird das Volk. Also hier kommt der Party schon. Fack, tot. Ich balle an perfektes Magel. Bum! 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 Bum, warte! Ich will einen von hinten packen wieder. Alter! Es geht nicht mehr. Ging das nochmal? Fack, Alter. Verkiss ich mich nicht. Alter, da ist ja noch einer. Alter, da ist ja noch einer. Bum! Alles klar, Alter! Wie soll sie zerrampfen? Ja, wo bin ich denn jetzt? Ach, da! Ich wusste es, Vieh. Ich kann doch hier. Ich muss schon weiter. Ich bin über die fischen Flanken gelungen. Ich bin über die fischen Flanken gelungen. Alter! Scheiße, man. Die Rasse ist voll aus. Geht mal weg. Das ist doch die Anfangsscheiße hier. Und die krieg ich schon auf die Flasche. Ich glaube, der Anfangsscheiße ist nicht das Schwerste, denke ich. Ja? Sie haben mich erfasst. Verlagere die Stellung. Das gehört ja dann, damit ich die bisschen wach. Feuer! Ich schalte mich zur Kammer. Das ist so. Und getrappen! Oh no! Hier sind zwei bereits. Ich streif mir diesen an. Ja! Jawoll! Boom! Hast du ihn gesehen, Digga? Überleben! Ich hab eine Granate an die Eier geäftet. Da lebt immer noch. Das ist so. Das ist so. Das ist was ich mache. Das macht richtig damage. Das macht richtig damage. Und das ist was. Ja! Ich hab einen Plan. Ja! Nicht drauf gehen! Ja! Guck dir das an, Alter! Guck dir das an, Alter! Okay, schnell, schnell! Ja, genau. Danke! Kommander! Sie haben noch mehr feindliche Aktivität in Nord-Ost. Ich bin einfach nötig. 6 und ich halten euch am Boden den Rücken frei. Marco Rush durch, Mann. Nein! Das war nur... Er spart direkt vor mir und schießt ihn zweimal in den Kopf. Meine Position ist unter schwerem Schuss! Ey, wir haben alle vor den Leitungen. Ja, Mann, es liegt auch nicht mehr so. Oh, jetzt seid ihr nicht da. Nicht einsteigen im Fahrzeug. Wieso? Ja, klar. Das ist die zweite Mission. Das ist die zweite Mission. Die erste Mission ist ab dem Intro. Achso, ja, okay. Scheiße, ich bin Auto gestiegen. Echt jetzt? Oh, hier gibt's die Sträuße, ne? Marc, das mit die Sträuße. Das ist ein Degel. Ja, aber müssen wir jetzt schlafen? Ja, aber ich hab den Erfolg gar nicht gelesen mit den Dingen. Das sind die Größten, Mann, so. Ja, vor allem, wie der einfach auf den Hinterhalt kommt, ne? Oh mein Gott, der hat mich gekürzt. Ach, verdammt! Ich dachte, es wäre einer von uns, der da steht. Oh, hier oben. Wie er einfach weggerannt ist. Was? Hast gesehen, wie er gerade auf meinem Schuss raus springt? Was? Hast gesehen, Dicker? Ja. Kontrollpunkt. Los, Sträuße kaputt schlauen. Schlagen oder schießen jetzt? Das ist, glaub ich, egal. Ich guck einfach mal, warte mal. Erfolg. Erfolg. Alter, was macht der? Ist der behindert? So, wo war er denn? So, wo war er denn? In der zweiten Mission der, der, der Kampagne getötet. Also einfach bloß töten sieben Stück. Okay. Mark, wie viel hast du? Nur schon. Vier. Vier! Vier! Ich find' nicht mehr ein. Ich hab' nicht mehr ein. Du bist nur, alter, er läuft da oben lang, der Wichser. Sieben. Da stirbt er jetzt gleich. Oh, yo, scheiße, sind da viele, alter. Nein. Ne, er hat genau über den Trigger gelaufen. Scheiße. Boss, registriere mehr Aktivität im Osten. Ich weiß, dass ihr irgendwo seid. Ihr wollt doch, was ich euch kriege. Jetzt ist schon ein bisschen aus, ich weiß, dass wir eigentlich immer so freundlich haben. Wir haben mich erwischt. Jetzt gibt's ein Erfolg dafür. Nobel 1, Hitzesignale im Gebäude voraus. Wo seid ihr, alter, er? Ich komm' zu euch. Du bist du, Blackie, du. Oh, shit, oh, die Musik klingt geil. Du, 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 du. Ja, Spyro, ich wollte jetzt in die Runde, du hast doch gesagt, ich soll da lieber nicht lang gehen. Wir sind keine Streußer. Ich kann heulen. Hier lang. Hey, Phoenix, du gehst zu lang. Ich suche. Ich bin richtig hier, gell? Ich bin auf der Suche. Ja, wir müssen hier aufräumen. Das ist dir schon bewusst, ne? Scheiß drauf. Ich brauch hier ein paar Vögel. Felix braucht Vögel. Oh, wie das Vieh nicht stirbt, Mann, das gibt's nicht. Alles klar, unsere Leitung ist zu hoch. Gib mir Leckung! Ich darf oben lang. Alter, klar. Okay, es hatte keinen Sinn, es hatte keinen Sinn, da oben. Jetzt hab ich nachher schon Lotus Gold bekommen, Alter. Mensch, ich soll mal aufhören, mich alle jetzt zu nerven. jetzt haben alle wieder... Ja, das schlägt er auch die ganze Zeit ein. Jetzt haben alle wieder keine Leitung mehr, ne? Ja. Soweit die Leute wieder kommen. Wie ist denn? Für mich denn überhaupt kein Schaden. Alter! Ich... Ich trenne grad einfach nicht, weil es leckt. Zwei Magazine! Zwei Magazine musste ich in ihn reinstecken, damit er stirbt. Sterben sie durch Kopftreffer direkt? Nö, natürlich nicht. Ist doch voll schmuck. Wo seid ihr bei... äh, ah, da seid ihr nicht. Hinter euch. Also hinter dir. Junge, ich komm nicht mal gegen den Grunt, klar. Ja, ist echt so. Die sind voll OP. Komm von hinten. Ey, ich will die von hinten packen. Geht das eigentlich bei Halo? Klar. Muss das doch möglich sein, dass ich das jetzt nicht schaffe. Verdammt, ich bin abgestützt. Wo bin ich? Oh mein Gott. Ich bin hier drinnen im Haus. Scheiße. Achtung, da hast irgendwo... Oh mein Gott. Hier ist direkt, wie gesagt. Verpiss dich! Ich stirb mich, die Granate, du Quaster. Ich bin hier zu Haus reingefallen. Oh, direkt wieder! Warte, 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 geh weg! Weiter! Schlecken ab! Ja, steck doch schon ab! Ich bin tot! Wer geht denn? Alter! Wald so leckt, Alter! Da hab ich zweimal eingestört. Da sind alle gestorben jetzt. Oh, Alter! Gott sei Dank, wo Kontrollpunkt. Geronimo! Ich weiß nicht mal, ob ich diese Viecher gekillt hab oder nicht. Was ist unten neben der Zeit, dieses... diese Zahl da? Da multiplikate durch die Schädel! 10,000, oder? Tschüss! Ja! Ja! Und da geht wieder Zeit runter! Also kriegen wir nach einer Zeit weniger Punkte! Noch mehr! Ernsthaft? Ja! Oh, scheiße! Ich hab wieder eine Granate vor! Ja, bin sofort tot. Ja, ich bin da, wo du warst. Aber sie trefft mich nicht. You're no hands! Brauchen wir mal ne DMR oder so? Ich bin da, wo du bist. Ich bin da, wo du bist. Weiter Feuer! Sie haben mich erfasst! Immer weiter! Ich komm von hinten! Oh, ich komm erst so nachts an! Feuer! Ja, Mann, ich hab ihn! Ja, wir tot! BAM! Und der nächste... Oh mein Gott, sie haben Granaten in mich reingesprengt! Die Wichser! Das waren wohl alle, Lieutenant! Aber ich hab' alle gekriegt! Es war ja nice, sie von hinten zu holen! Wenn du sie von hinten holst, machst du sie mit One-Hit-Tot! Ja, das war sehr gut gedauert! So, weiter! Kommt ihr? Wo ging's denn nochmal weiter? Na zu mir, komm! Einfach! Ja, ich komm! Kann ich hier runter? Jo! Oh, da geht's lang! Wollt ihr zurück zum... ...zulanderem Schiff gehen, oder? Wollen wir noch ein paar Vögel? Ich hoffe, jetzt kommen noch welche! Wenn man stirbt, sind die Vögel dann zu... ...da hab ich dann nochmal... ...da hab ich dann wieder null Vögel... Wollen wir noch die Vögel? Klar, nicht da noch! Sind auf meinem Weg! Dann muss ich jetzt aber sieben haben! Nein, weil... Nein, weil... Boss, wir empfangen ein Notsignal! Boah, ich dachte schon, du wolltest jetzt sagen Nein, weil du gestorben bist, ey! Wir wurden von Allianztruppen angegriffen! Die Allianz ist auf Reach! Widerhole, die Allianz ist auf Reach! Widerhole, die Allianz ist auf Reach! Oh no... Nein! Geh weg! Ich hab auch eins! Wie viel Schuss hast du? 30 Alles klar, wie sie ausreicht! Janis, ja! Dreifach Abschuss, Alter! Ein paar Lotus! Oh, sorry, ich hab den in den Kopf geschossen! Achtung, Noble 1! Habe Landungsschiffe der Allianz gesichtet! Es kommen noch mehr, ne? Ja, das war erst, ja! Ich war mit drei Wellen! Ich geh mal einen kleinen Schritt zurück, ne? Ich snipe ihn mal ein bisschen! Achtung, feindliches Landungsschiff kommt! Ah, ich hab jedes Mal Kanate, wo ich nicht will, Alter! Mehrere Kontakte! Alter, nein! Der hat ne Granate vor mich bekommen! Kanate? Ich hab dich geschafft, mich zu killen! Xer! Ich hab nur noch zwei Schuss, Digga! Ich bin leer! Ich bin komplett leer, Digga! Ich hab gar nichts leer! Oh, eh! Nein, ich sterbe! Xer! Ich schwach den Sturmangriff! Komm von hinten! Ich komm von hinten! Ey, ich bin tot! Zieh dich mal zurück, Digga! Zieh dich zurück! Muss weg! Achtung, Nobel 1! Habe Landungsschiffe der Allianz gesichtet! Transport! Auf Distanz bleiben! Das ist so fair, Junge, ja! Marc! Ich hab noch einen verdammten Strich in R-Cloud-Milk und R-Cloud-Milk auf Medipack! Ich hätte auch was! Wo ist denn der Schuss? Nicht eingetölt, Milkarsch für dich noch hatte! Der Gitte fackt so ab, man! Das ist echt so! Oh! Voll of Crack! Ja, jetzt schießt mich das Schiff ab! Ich weiß, warum ich mich wohl zurückgezogen habe, weil ich nur die Muni habe! Er stirbt auf! Nein, komm nicht mehr! Du stirbst! Du stirbst! Er stirbt nicht! Lieber nicht, der ist! Du bist, man! Ja! Ich bin durchs'n Heu, weil... Ja! Komm! Ah, da... Die haben Granaten da hingeworben! Seid ihr beide tot? Na ne, ich leb noch! Ne, ist gut, ob wir spawnen zu können! Die Granaten zurück! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ja, ich bin tot! Ich bin tot! Wir sind tot! Ja, Mann! Da ist tot! Der ist tot! Der ist tot! Der ist tot! Stürm sie jetzt! Ja komm, hafte mich, du Wichser, komm her, hafte mich. Ja, ich habe einen Kanator auf. Ich opferde mich jetzt, damit ich sterbe. Werden wir Tode gezählt? Sehr schön. Er hat mir die Haftenbeamte da genau in die Fresse gehabt. Ich war sogar geblendet von dem Scheiß, ich habe nichts gesehen. Hier, los, haftet mich. Sehr schön. Komm her, boah. Ey, über die. Ja, genau. Digga, lass doch mal nur auf, Lick in der Spiel. Das reicht, oh. Nein, wird es einfach. Er war ein bisschen so eine Muschi, Alter. Für dich. Weiterfeuern. Achtung, Granate. Sieh unser Beschuss. Eins, zwei, zwei. Darum stehen sie. Und die haben ich gehäftet. Die haben ich gehäftet. Die haben ich gehäftet. Ich vermute einfach stehe, alter. Na, ich bin eben auch hier. Träfft ihr die von da? Ja, ein bisschen. Unter der Schuss! Nein! Das Ding sitzt fest! Vorsicht! Alles klar, die rasten voll aus hier mit den Haftbomben. Oh, den packe ich mir von hinten. Dreh dich nicht um! Er hat sich umgedreht! Du! So, für diesen lassen wir kurz ein Prozess. Weiter so! Eigentlich bin ich gespawnt. Ich komme von der anderen Seite. Mit Anleiming. Granate! Wo ist mein Aim hin, Alter? Weiter so, Dome! Ich falle ein ganzes Magazin! Achtung! Direkter Treffer! Dranzleiben! Angriff! Klek! Ich habe ihn geschnappt. Ich bin tot! Sie ist drück! Sie ist drück! Ja, ich habe auch schon gehauen. Granate! Warte! Ich lebe zu mir. Ah, jawohl. Der andere ist dran. Nein, ich leg beide. BOOM! Warte, Lenk knapp, Lenk knapp! Nein! Jawohl, von hinten voll in die Fresse! Ja! Bist du tot? Ja! Ja! Da kann man sich alle töten! Oh mein Gott! Mich schon! Ich hab den falschen gekillt! Ich glaub, ich hab dich gekillt! Ey, wir haben, ich hab Erfolg! Ja, ich weiß! Ich hab von hinten einen Atempass auf sie gemacht! Transport! Landezonne frei! Evakuieren! Verstanden! Das war bloß der Anfang, Alter! Jetzt wird's noch härter! Was kommt denn jetzt? Jetzt müssen wir an der Tür verteidigen! Und da kommen drei Philandelschiffe und da sind schon 20 Gegner da! Oder mehr! Oh! Sechs tun! Los geht's! Stimmt! Jetzt kommt's richtig hart! Darf ich das nehmen? Oder dürfen wegen dem Erfolg? Wir müssen ja alle einsteigen! Und die hat er jetzt gerade den Erfolg bekommen! Alles klar, Alter! Alles klar, Alter! Ich dachte, das war wegen der Abzug! Guck mal auf die Punkte, Alter! Der Phönix hat mal voll rataliert, Alter! Sechs haupt Punkte! Hänger, Mann! Ich frasiere! Okay, ich hab auch Ziemschaft selbst gehabt, weil ich glaub ich hab die meisten Tote von allen! Zehn Tote sind bestimmt... Aber ich hab da eigentlich mitbekommen, wie ich den... wie ich den letzten getötet hab! Ja, ich hab auch den von hinten gepackt, du hast es geschafft! Der hat schnell zu mir umgedreht, der Alp! Ja! War gut so! Also bin ich immer noch dort Campen gegen den! Na, wir müssen echt irgendwann mal Peck aufs Streitamt zocken auf! Auf dem Spiel, ich hab grad! Ja! Ist echt so! Ja, Mann! Ist doch nicht, stimmt! Riccardo, Marco und ich haben's ja schon angefangen! Aber irgendwie... Die erste Mission hab ich Solo gemacht, Alter! Auf realistisch bisschen! Ja, auf realistisch! Ja, wir sind schon bei Mission 3, glaub ich! Wir sind fast! Äh... Oh, nein! Die Scheiße! Ja, jetzt... Marc, oder? Ich weiß noch, wie wir da mal auf Normal so lange gehaugen haben, Alter! Ist echt so! Daher kommen noch diese Schwerden wir haben und sowas! Was ist echt? Junge! Du schießt auf die, wenn die nicht sterben jetzt! Will ich was willst machen? Du kannst jetzt schon mal vor denen wegrennen! Doch! Wie soll das bei der letzten Mission aufnehmen? Irgendwann diesen Schlachtschipp abstehen! Boom! Double Kill! Mein fährt aus! Mein fährt da rausgegangen! Gern, Tanzer! Oh, Kampfgewehr! Bei. Nichts zu können, macht mal hier nichts aus! Du schon... ...der Schönen... ...dupple Kill... ...bleib dort... ...überrasch die von hinten... Digga, so schlecht, Alter. Ich überrasch dich jetzt für ihn, Digga, ne? Oh mein Gott, der schießt hier rein, der Schmerz. Oh, der Marco, weißt du, was war, was war da, was? Wo sind die Betrückbarung? Die Mission 1 schaffen wir mal. Steh unter Beschluss! Ja, wir mussten es dann nochmal machen, ey. Eintreffer! Gute Abend. Gleich kommt noch ein Schiff. Ja, er schießt rein, der Schmerz. Feuer! Ich werde... Kommt noch ein Schiff. Oh nein, wenn die jetzt reinstecken. Komm nicht. Komm nicht. Nein! Ich komm nicht rein, Mark. Nein! Ich hab's geschafft, Mark. Ich hab Spyro getötet. Ich hab's nicht gemacht. Ey, ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht. Wuhu! Hat er nicht geholt. Abdeen. Oh mein Gott, der hat mich. Jawohl. Spyro button. Digga, ich habe 800 Bunde. Ich bekomme, aber wir müssen Spyro. Wie hehehehe... Achtung, Granate! Oh! Digga, wir können wir 3.000. Jetzt kleckt es wieder wie Sau, Alter. Oh mein Gott, ich kann schon mal schauen, ob ich eine Granate reinbekommen habe. Ja. Das hängt so krass. Das hängt so krass. Alter! Ich fack gerne mal übel. Ich bin nicht sicher, ich kann mich gespawnden. Geh mal weiter nach hinten noch. Jawohl. Jawohl, ich hab den Scheiß nicht gekriegt. Alter, was? Ich brauch einen besseren Weg. Los geht's. Alter, was war das? Alter! Ich hab's geschafft. Okay, dafür habe ich auch nicht gekriegt. Was? Ich hab die wenigsten zischt, aber dafür sterbe ich glaube schon. Guck mal, guck jetzt mal auf die Punktverteilung. Ja, du hast den Elite gekillt. Der gibt glaube ich 1000 Punkte oder so. Tja, ne, ich hab auch hinten... Hallo? Hinten sind die ganze Zeit die ganze Zeit Schiffe gespawnt. Die haben das ganze Quants abgeworfen. Die hab ich die ganze Zeit gehatshottet. So. Deswegen hab ich mich da hinten hingestellt. Punktegeier nennt sich das. Haaa, er spielt oft Punkte, der Wichser. Na klar, ich will den Erfolg haben. Aber ihr wollt den Erfolg haben, die Idee, um die Mindestpunkte zu bekommen. Wir wurden getrennt. Es klang nicht gut über Funk. Was? Ich will das bei dieser. Ich glaube 30k oder 80k. Für was denn? Hier ist etwas. Eine Mindestpunktzahl gibt's in jedem Level. Eine Powerpunktzahl. Der hier lebt noch. Na komm, raus mit dir. Wir gucken wie gut du bist. Weltkrieg ist halt, ne? Ist schon cool. Wir tun dir nichts. Vielleicht kommt da ewig ne Kampfschlopfen. So, quasi. Ja man, Junge. Halt still. Ja man. Ja man. Meck, it's Warnack. Der Wichser, ey. Wir werden angegriffen. Echt so. Ich hab mir schon einfach die Brenne boxen. Das ist einfach überleben, ne? Ja. Ja. Das ist für eine Besuch. Mein Aim ist grad voll schlecht. Das liegt doch hier an der Leitung halt. Ja, es hängt so krass hier. 5 von 6. Raus. Los, Sprint! Hinterher! Von der mit seiner Gettling, Alter. Ist echt so. Der Rast ist voll aus. Ja. Also geil, Mann. Der ist sofort auf der Front. Oh, Herr Stetzer. Die Jungen leistet auch der Gettling. Das ist ein Problem bei der Person. Bei Jensen. Habst du mit dem Erder gesehen? Ihr Wichser, ich hasse euch. Ihr Scheiße. Tore, Mann. Geht's geil. Geht's geil. Geht's geil. Geht's geil. Alter. Alter. Ach, das ist doch Elite, ne? Alter. Ich schaff's natürlich wieder, Head-Fest zu dwig. Hepp, das ist auch fröhlich du zu ziel. Halt die Fretter. Oh oh! Alter! Hu hu hu! Ja ich auch alter! Oh shit da hat sie gewickt hat Es ist halt noch abgekriegt Alter! Oh shit da hat sie gewickt hat Eier! Voll aus hier! Deshalb bist du im Team Nice 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 Das ist ein Weggerand Hinterauschmann hallo Da sind noch mehr Schau ich sie raus ich geb der Gold Mach einfach ran vorbei alle Meine dmr ist weg Oh nein Jetzt kommt der Wixer mit seinem Platz hier wieder Ja Alter Er hat sie präzise geworfen Oh Nein Aaaaah Alter Schreck mich nicht so Alter Er hat mich gehaftet Ich habe sich geblägt Guck mal ich hab die Garten Oh nein da ist der Schwertyp Ist am Rand Wo seid ihr? Guck mal, ich hab Black Eagle. Oh nein. Ja... Nein! Hau dich weg! Er kommt hier nicht hoch, du Bastard! Stirn! Pass auf, wen du spielst! Er kommt hier nicht hoch! Ja, was soll ich... Oh mein Gott! Oh Gott! Ja, renn weg! Ja, komm her, Mann! Komm, ich hoch Spyro! Der Wichser! Spyro, du bist tot! Das hab ich gehabt, bot! Der Wichser! Der Wichser! Der Wichser! Der Wichser! Wie ich den verarscht hab grad eben, Alter! Der Wichser! Oder wie viel der Schlucht, Alter! Alter! Alter, er kann doch nicht... Oder er wird wiedergemacht! Ja, Mann, er ist down, er ist down, er ist down! Der Wichser! Ja, Mann! Der Wichser! Nein, Mark! Oh, die Schrotze! Sehr schön! Ja, das kann man auch... Ist auch ganz süß! Jetzt ist da noch einer, gell? Zwei! Wo ist der? Wo ist der? Wir müssen ihn wieder hier runterlaufen, ja? Hier bei mir! Ja, okay, würde ich fast noch machen. Die sterben nicht nur das Schwert, Alter! Die sterben nicht! Scheiße! Ich hab den jetzt viermal gemessen und er lebt immer noch! Alter! Ich hab das Schwert... Ich nehm das Schwert nicht! Hier, das Schwert, oh Gott, ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Oh mein Gott, Achtung! Du hast die rechte Haftmauke bei euch! Ey, ich würd's sagen, wir pushen bei uns! Ja, das war eine Welt voller Schmerzgeräte! Wir haben's! Nice! Geschafft! Noble 5 hier! Ziele neutralisiert! Uh, sehr schön! Helft Cat mit einem Verteiler! Kommt danach wieder her! Hier muss wieder nach der Fall, ja! Ach, wir haben's geschafft! Es macht schon Spaß eigentlich gerade! Also jetzt macht's Spaß, sowas! Aber nicht das davor, wenn das noch nicht macht so ist! Wie lange? Die Frage meines Lebens! Die Station läuft frühestens in zwei Wochen wieder! Das sind Plasmaschäden! Alle wichtigen Ablink-Komponenten sind durchgeschmort! Wir haben keine zwei Minuten! Deshalb zapfe ich die Überlandleitung an und verbinde direkt mit Colonel Holland! Sie stehen mir im Licht, Commander! Finde raus, was sie weiß! Wie heißt du? Wohnst du hier? Arnevem George! Shara! Shara! Sepp Potter-Osset-Neff! Dein Dialekt kommt mir bekannt vor! Sobron? Dungeri! Einen Freund? Vater! Scheine-Lom! Tut mir leid! Warum sollte es? Der Große vergisst manchmal, was er ist! Sie hat ihren Vater verloren! Sie muss in psychiatrische Behandlung! Da ist sie nicht die einzige! Hört auf! Alle beide! Lass sie frei! Der Vater bleibt hier! Danke, Sir! Signal! Es ist nicht konstant, aber vorhanden! Das reicht mir! Am besten nichts anfassen! Sonst kommt es zur Entladung! Ich kann sie kaum hören! Statusbericht? Over! Colonel! Noble 1 hier! Keine Rebellen! Die Allianz ist auf Reach! Bestätigen Sie! Wie bitte, Noble 1? Die Allianz? Die Allianz? Positiv! Notfallplan Winter ist in Kraft! Möge Gott uns beistehen! Möge Gott uns beistehen! 1! 50 Minuten! Före! Weil ich doch immer ein Schädel ausmachen! Ui, das war gerade mal die erste Mission! Uh! Platz Nummer 2, Tode 25! Ich bin sogar weniger gestorben als 2! Und ich dachte, du hühn auf! Tode 25!